so schreck er weiter kann er dauern so schreck er muss Das war's, das, das, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, du zu sehen. Und ich möchte dich auch gleich fragen, wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man speziell mit dem echten Wagen auf der echten Strecke reinstechen? Eine sehr gute Frage und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alle so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Das hat der Bursche schon mal geäts. Ja. Vielleicht kriegst du mal gut. So, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. Das ist die letzte Runde des Programms. Ja, aber nur die alten. Okay, ich habe noch 15, 16. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Das ist die nächste Runde des Programms. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von zwei Runden an die Box. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Komm am Ende dieser Runde rein. Noch an die Musik an. Jetzt ist die Runde des Programms wie hier. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. 35 25 28 31 33 35 35 35 35 35 36 35 30 35 Ja, er hat gesagt, er geht kurz weg, also bis gleich. Keine Ahnung, er hat gesagt, ja, er ist gleich ja da. Wenn ich jetzt gebabbel habe, dann darf ich kurz pissen und sonst was geht. Okay. Gute Arbeit! Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu PEF, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst und mehrere Kurven hintereinander meisterst. Gute Arbeit! Ja, weiß ich zuhause. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Wenn ein Gebabler auf den Zünder geht. Was? Das ist die nächste Runde des Programms. Das ist die nächste Runde des Programms. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das... Wie bist du, wenn du Bayern wärst, den Zehn holen? Ja, wie er dies Woche im E-Tech stand, wir beiden ihn ja nächstes Jahr holen. Wenn Sarin geht, die der sogar schon im Winter wechseln hat, hat bei ihm aber Nein gesagt. Weil er erst... Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei... Minute 17,3... Wenn er, wie sich schon, wenn es zumal verläuft, er erst Anfang Februar, Ende Februar kommt. Das ist nur ein Fug zu 18 Millionen. Ich... Ich... Da ist... Ja... Ne... Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Der Witzbold, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Die anderen, außer ich. Ich bin doppern 84, ich bin 5.1, die anderen halt. Hm? Wo ist... Warum? Das war's. Genau so ein Kind war heute Morgen auch bei mir drin. Genau so ein Kind war heute Morgen auch bei mir drin. Ja, genau so ein Kind sollen wir auch tun. Oder hat mir das ganze Zeit geschrieben, ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Besser sind unsere Ausgangsbedingungen im Falle von Vertragsverhandlungen. Ja, 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 ja. Wir sind so frei, da muss es doch bald blinken, ey. Da muss es doch bald blinken. Scheißdreck. Grenze, ich finde, ja, vor uns wird's, äh, was steht's dran? Ja, Brot's, fünf. Da steht's dann dran, ja. Ähm, sehr, wie ich such den Baum, wo ist der? Was ist jetzt? Äh, da geht's, wo, wo ist jetzt die Rang, ist die hier? Ähm, also Kalender, eins, zwei, drei, vier, fünfzehn, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Rennen noch. Fünfzehn, also mit dem sind 16 Rennen noch. Äh, ich such auch den Scheiß. Bin jetzt ganz blöd. In der Nase. Ja, kann ich mir nicht kaufen. Okay, das war's, den Video. Okay, das war's, den Video. Okay, das war's, den Video.